Ich würde viele Menschen bunt gemischt gemeinsam leben. Ich würde alle eine Gemeinschaft reden. Um jeden so zu behandeln, wie ich absehbar behandelt werden möchte. Zusammenhalt. Chancengleichheit. Konfliktfreies, friedliches Zusammenleben auf verschiedenster Menschen. Diversität. Toleranz. Gemeinschaft. Vielfalt. Jedem zu nehmen, so wie er ist. Ein respektvoller Umgang. Mit allen Menschen. Alle für alle und alle sind alle.